Hallöchen Freunde, Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Yes. Let's go, yeah! Ich würde mal sagen, dass wir in dieser Folge ins nächste Gebiet huschen. Und oder mal nach Missionen gucken, wie es hier aussieht. Die Suche nach Biff. Ein Söldnerteam von HHH ist irgendwo auf dem Festland im Einsatz verschollen. Okay. Hatte ein Boot mit dem Logo Adonis. Okay, Schatzsuche, Verschwörung. Adonis kauft Diamanten im großen Stil. Von den Schmugglern von Fleet Town Markets. Pierre. Der Major hat Pierre bestraft, indem er ihn als Laven nach Diamond Red geschickt hat. A2. Wo ist denn A2? A2 ist doch hier oben, ne? A2, da oben. Okay. Sollen wir die Jungs hier überfallen? Nein. Let's go! So, die sind wir mal dahin. Gucken wir mal, ob wir die kriegen. Weiter geht ins Destination-Sektor. Das ist das Ort, das ich euch erzählte. Wir sollten einen Blick auf die Schmuggl. So, ruht euch mal aus. Die überfallen, äh, die Diamantenlieferung hier. Wie geht die denn hin? Da unten? Äh, können wir in der Zeit reparieren ein bisschen was? Sieht eigentlich alles noch sehr gut aus. So, ausruhen, Leute. Wir kriegen gleich Besuch. Kohle läuft. Oh, jo. Die holen wir uns. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich muss da rein anscheinend. Ich habe einen Schmuggl. Ich habe einen Schmuggl. Livewire hier. Honestly, ich verstehe nicht den Punkt, dass ich nicht schlafen habe. Es ist ein Schmuggl. Sie werden nicht mehr sehen, dass ich mich nicht mehr sehen kann. Ja? Aiming. Sie sehen uns. Sie sehen uns. Scheiße, hat der Raider bemerkt. Stark, stark, okay. Ah, sehr schön. Der muss weg, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist der Sniper. Der tut weh. Oh, das ist der Sniper. You're an asset to the team Ready to um do stuff Got it all shoot at anyone I see I mean bad guys of course just the bad guys Many enemy peoples expose themselves to me Zu wenig AP? Fick dich Wie viel hast denn du? Null Haha, fuck Fick dich Ne machen wir so, fertig Hätten wir den abknallen können, aber Den Sniper versuche ich gleich weg zu snipern Oh, das tat weh Sehr schön, wenn er weniger Mit seinem Holzbein hier Fuck Okay Ungenau Ungenau Fick dich Und jetzt trifft noch nicht Jetzt kill ihn wenigstens Ja, sehr schön Ciao Ciao Ah, Poudon! Poudon! MD present Pretty good odds I think Sehr schön Es ist einer der hier was taugt Yellow Ready to um do stuff Yes? Aiming Tjao Ciao Ist gut? Ja, sauber Wir holen uns auch noch Boah, fuck Schickt euch Ready 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 to um Good chance of me um Not missing Sorry Oh oh Ist der jetzt gegen mich? Ich wollte den nicht killen You know Get him Yellow Good visual on target Ah Oh 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 Das klingt Komm, das gleiche nochmal Sehr schön That was so cool I wish I could shoot like that Ich will den nicht töten Nur weil ich Weil den Streifschuss abgekriegt hat oder was Okay, Port Kakao hat 5 Loyalität gewonnen, warum auch immer. Okay, das hätten wir. Yes, 12 Riesen, das hat sich doch gelohnt. Äh, Entladen und Schrott. Das war's, ne? Hier ist nichts mehr. Sehr gut. Dann können wir jetzt weiterreisen, hier hin. Gucken, war ich hier schon? Ich flitze hier einmal kurz durch. Oh! Die Frage ist, äh... Will ich die platt machen? Nein, scheiß drauf, komm raus hier. Okay. Fuck. Ah, konnte ich da, äh... ähm, Milizen ausbilden? Okay, hier sind auch Hyänen. Alter, das sieht mal geil aus. Und hier scheint keiner mehr zu leben. Wir sind auf der Bewegung! Gehen! Ich habe ein wildes Tier verletzt hier. Ja? Ah, okay, krieg ich wieder alle. Affirmativ. Tod? Kannst du weit weg? Will do. This is Granti. MD present. Yellow. Order received. Listening. 1024. So. Yes? Das machen wir mal kurz und schmerzlos. Ich möchte nur gucken, was da ist. Read you. 5x5. Defensive Position taken. This is Granti. Presently in attendance. Diese Viecher können, glaube ich, richtig weit laufen. I have few bullets. Michael here. We're moving? We're moving. So. I can't be sure, but that might be something interesting. Right? Genau Untersuchung zeigt, dass auf dem Handtuch das Logo von Prag, einem geliebten Bordell, irgendwas. Merz Logo. Merz hat Tali seine Ausrüstung zurückgelassen. Okay. Sorry, Leute. Ich musste einmal kurz... There's some loot in here. Reason. Okay, die können wir einmal auf. Um, we're going, right? So. Sonst war hier nichts, ne? Hier sind ein paar Hygien. Gut. Sollen wir zum Flüchtlingslager flitzen? Wir könnten eigentlich... Nein. Abbrechen. Hier. Let's move. Bevor die das einnehmen wollen, äh... If I say I will be somewhere, then that is where I will be. That's just common courtesy. Miliz. Komm, bum. Start. Ähm. So. Und in der Zeit reparieren wir uns raus. Hey, Jimmy. Looks like a bunch of mercs had to save your commie ass. So much for your glorious revolution, huh? No, Major. With our joint effort, we'll remove the stain of the Legion from our city. And the mercs will be coming after you soon enough. I'm looking forward to it. Tell them, I can't wait to see them. Ja, dann. Attacke, würde ich sagen, ne? My body has recovered from their beatings. Oh, so hat man Vertrag läuft da. Jo, weiter. So, Gegendstände reparieren. Nochmal. Starten. So, dann gehen wir hier hin und dann gehen wir da hin. Würde ich sagen. Oder nehmen wir erst Flüchtlingslager ein. Komm, wir gucken noch einmal im Flüchtlingslager. Nehmen wir die mal schnell ein. Jupp. Gucken, ob wir hier auch Milizen ausbilden können. Okay, wo sind die? Da. Oh, wir sind völlig müde. Warte mal. Wir sind zu erschöpft. Alle zurückziehen. Einmal ausruhen. Und dann gehen wir nochmal da rein. So, Attacke. Kämpfen. Sollte eigentlich recht zügig passieren. Tschau. Tschau. Okay, da haben wir noch zwei. Okay, zwei. Schütze, Marodeur, Grenadier. Tschau. Jetzt wirst du eher reagieren, ne? Ja, I will hide and say, we'll seek. Ja, I will hide and say, we'll seek. So, komm's hoch. Ich will try to remain hidden. Ähm, quietly? Like this? Hide and shoot. That is my game. Yeah! Sehr schön. Drei haben wir schon mal weg. Das läuft. Da, 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 da. Read you. Five by five. Yes? No. No. What? Nein, der kommt. Warum ist jetzt mein Feuerschutz weg? Yes? Wunnos, komm runter, ihr Schweine. Lauf wie in die Falle. Scheiße. Boah. Alter, wo schießt ihr hin? Ah, geht doch. Jetzt haben wir alles daneben geschossen. Ja, der nächste bitte. Boah. Ah, es tut. Es tut. Es tut. Oh, das ist so blöd, oder? Ciao. Haha. To die in the Legion is to have truly lived. So, Grunty, du bist dran. Ich habe ein paar Blöden. Das ist ein guter Job so far. Weißt du, wir haben Intel, dass mehr von ihnen hier sind. Beide bekommen. Beide jetzt. Das lief ja bis jetzt recht gut. So, wenn wir nur herausfinden, da sind die anderen. Ich habe ein Spiel, wo ich hide und dann es ist es Zeit, zu schießen zu jemanden. Lass uns das holen. Das könnte Protein sein. Oh, shit. Da ist ein Feind. Oh. Verbessert Sprengstoff. Und erhöht Beweglichkeit. Beweglichkeit und zwei Aufsprengstoffe. Sehr geil. Tschau. Hä? Wieso Feuerschoss? Ich will hide und sage, wo wir sieg. Um, ist jemand, wo ich find, um, ammo? Für meine gun? Ready. Ja? Was stand da? Fast, fast tot. Ja, ich will hide und sage, wo wir sieg. Going undercover. Careful. Better to go unnoticed, yeah? Nee, das ist nicht gut. Verbündeter steht hier nicht. Hide and shoot. That is my game. Honestly, I do not feel it is fair to make me watch over everyone. Scheiße, das war nicht klug. Aber wo ist doch? Copy. Moving for ambush. Copy. Moving for ambush. Scheiße, ich kassier jetzt richtig. I'm going to need help getting out of this. Puh. Going undercover. Careful. Repositioning for ambush. Clear shot on perm. Der ist tot. Zu wenig AP. Aiming. Pin down. Good thing I am wearing my special noise-suppressing shoes. I am excited to surprise the enemy agent. Oh. 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 Ja, komm, du bist jetzt auch Geschichte. Eigentlich sollte das gar nicht so lange dauern hier. Er lebt immer noch. I have a very good chance to show this person a very bad time. So. My ammo is getting low. Hello there. Die kann den Schrott und den Rest nehmen. Livewire here. Gut. Äh. Dann gucken wir mal. Kann man hier. Okay. Hier kann man gar keine Söldner ausbilden. Okay. Okay. Wo denn? Äh. Gucken wir mal, was MD kann. Oh, MD kann Weisheit. Oh, geil. Schmerztabletten gewährt einem verbindeten 28 Alpha, wenn verbinden auf ihn angewendet wird. Hohe Moral zu Beginn des Kampfes verursacht 10% zusätzlichen Schaden, wenn die Moral hoch oder sehr hoch ist. Schüsse ins Bein führen zu Niederschlag, Schüsse in den Armen führen zu Benommenheit, Schüsse in den Unterleid führen zum Zustand ungeschützt. Nehmen wir den. Äh. Steroid, ne? Oder? Doch. Bobby, hier. Er hat einen Punkt. Behalte die Hälfte deiner Gratis-Bewegung-Reichhäute, wenn du eine schwere Rüstung trägst. Voneinanderfolgende Nahkampfangriffe. Äh. Verursacher 10% Schaden. Hochverletzung. Führe einen Unterbrechen-Angriff mit Feuerwaffen aus, wenn du während des gegnerischen Zugs erheblichen Schaden erleidest. Die Schatzeberuhtung. Erhöhlt 15 Alpha, wenn du am Ende des Zuges keine Deckung hast. Erhalte 15 Alpha, wenn du am Ende des Zuges direkt neben einem Feind bist. Erhalte nach den Werten von Granaten oder nach Angriffen mit einer Schrotwende Gratis-Bewegung. Ich nehme das. So. Okay, das war ein Satz mit X. Deshalb würde ich sagen, Maschinen wie die Hälfte. Was geht? Dann würde ich mich ganz kurz ausruhen. So. So. Und dann huschen wir das nächste Gebiet. Perfekt. So. Und dann würde ich sagen, ein Sicherheits-Safe. Und dann gehen wir rein. Yes, die holen wir uns. Nur ist Teile, seine Ausrüstung in Panreal zurückgelassen. In Slums von Panreal geflohen. Okay. I don't know what it is, but we should probably take it, just in case we need it. Den haben wir hier. Schauen wir uns mal kurz um hier. Oh, hier ist ein Sniper. Okay. Hier hinten. Oh. Hier hinten sind die alle drin. Aber den Sniper müssten wir loswerden. Wie werden wir den denn los? Kann man hier hoch, dann sieht er mich, ne? Ich würde sagen, probieren geht über Studieren. Vielleicht, wenn ich hier hochgehe, dann sieht er mich nicht. Wenn ich hier hochgehe, sieht er mich ja direkt. Yes? So, plündern wir den mal eben hier. So, dann latsch mal da hoch. Aber das wird auch nichts bringen, wenn ich hier hochgehe. Den Kopf kann ich treffen, oder was? Sehr schön. Dann, komm mal wieder runter. Obwohl, du kannst mal gucken, ob du plündern kannst. Äh, bumm. Okay, kann er nicht. Zwölf Stück. Jetzt müssten es rein theoretisch nur noch Elfe sein. Richtig? Wir gehen mal vorsichtshalber hier rum. Ich kann ja nie mehr, oder was? Yes? Oh, ich will dich nicht mehr, ne? Nein! Keine Muni mehr. Scheiße. Ich will versuchen, zu bleiben hidden. Oh, shit. Der Schaum hat mich kompromisiert meine Position. Den haben wir, ne? Das war knapp. Okay, Freunde, ich würde hier ein Folgenpäuschen machen. Den Rest holen wir uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschö mit ö. Tschö mit ö. Tschö. Tschö mit ö. Bis zum nächsten Mal.